Herzlich Willkommen bei Mr. iPhone Test. Der Kanal für Reviews, Unboxings, App-Tests und mehr. Viel Spaß! Hallo und herzlich Willkommen zum Mr. iPhone Test. Und für euch habe ich heute ein neues Unboxing. Und zwar habe ich ein Paket gekriegt oder einen Brief von Wantattoo.ch Ich habe schon den ganzen Brief hier rausgenommen, dass ihr meine Adresse seht. Aber sonst habe ich es noch nicht aufgemacht. Gut, ich weiß schon was drin ist. Aber ich mache mal jetzt hier auf. Es sollte eine Skinfolie sein. Von Wantattoo.ch Die machen natürlich auch Wantattoos, wie der Name schon sagt. Und schauen wir mal was hier drin ist. So, packen wir hin und her. So. 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 So mal was aus. Gut. Ganze ist leer. Tun wir das auf die Seite. Also hier ein Flyer. Glaube ich. Ah ne, das ist doch. Hier sieht man was die alles produzieren und machen. Hier nochmal eine dunkle Version. Hier zu den Wantattoos. Und hier Textildrucke und andere Bedruckungen. Gut. legen wir die auch mal auf die Seite. Und dann hier das Skin. Okay. Sieht toll aus finde ich. So ein Muster. Ich mache das mal hier auf. So. Offen zwar nicht schön, aber muss ja nicht schön offen sein. Gut. Also hier. Zuerst. Das Skin. Also das ist für die Rückseite von 3GS. iPhone. Hier ist noch eine Bedienungsanleitung wie man das Ganze aufbringt. Hier ich hebe es mal hin. Sieht doch cool aus. Okay. Gut. Das war das Unboxing. Von der Skinfolie. Von Wantattoo.ch Ich werde das Ganze mal anbringen auf meinem iPhone. Und nächste Woche wird das Review folgen. Und noch mehr Details zu diesen Folien und zum Webshop von Wantattoo.ch Und ich bedanke mich noch mal herzlich für das Zugucken. Danke auch für Wantattoo an die Frau Czaki, die mir das Ganze zugeschickt hat. Danke vielmals. Und dann wie immer heißt es, abonnieren, kommentieren, Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Ciao und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.